hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu minecraft das dorf und serendipity ist auch irgendwo in den höhlen hier unten unterwegs ich ist ganz laut ich glaube ich habe über mir und oder sich alles klar ich habe die höhle gefunden sehr gut ich hatte eben es geht auch da ist es doch wo hast du dich versteckt ich wurde mich angeschossen am ende der folge und habe mich gedacht habe mich gedacht ob mich gedacht wo gleich könnte es laut werden ich war noch schon mal vor ich bin ich habe nichts zu essen gott hör auf macht nicht so viel krach ich habe jetzt schon angst oh mein gott hier ist eine eine schlucht ich versuche mal zu dir zu kommen versuch es mal was mich wundert die map zeigt ja die uhrzeit oben an oh gott wir haben was ich gefunden habe minenschacht wie geil ist das denn sehr gut ich komme kommen sie zu mir schnell weil ich da sind ganz viele monster ja warte mal ich habe keine energie ich bin mir ist mich hat das skelett zu klumpen geschossen ich habe nichts zu essen dabei also du hast was zu essen dabei ich habe noch wir sind völlig vorbereitet ich habe noch ganze vier stückchen fleisch hier knurrt irgendwas ja ich sehe dich schon auf der map sehe ich aber nicht weil hier ist nicht ausgeleuchtet also bist du hier nicht also bei mir ist ausgeleuchtet ich habe alles ausgeleuchtet dann bin ich falsch warte ich hole dich ab bleiben sie stehen na ich gehen den eingang wieder richtung wo wir reingekommen sind jetzt bin ich richtung eingang warte ja das dusch doch noch schnell ein paar fackeln warten sie ich hoppel gerade hier meinen meinen bauten so hier eigentlich auch noch mal eine fackel hin so da sehe ich dich schon hier mache ich mal zu da kommt stopp 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 ja ich jetzt nur fackeln komm hierhin komm nein setzt hier keine fackeln wieso nicht weil wir uns sonst nur verlaufen ja ich weiß das willst du irgendwas haben wollen wir eisen kurz einschmelzen damit war die haben ich habe ein eisen komm hier durch komm los genau so schweiß auf tschuldigung falsches was machst du machst du falsches stein weil das ist der verbotene weg geht es noch andersrum hoch das ist egal ob das andersrum hoch geht das ist der verbotene weg da gehen wir nicht durch vollbranisch in seinem einzimmern schatten wir sticken ja ist egal die kommen nicht an uns ran so da hier ist noch mal ja genau das ist nämlich gut ich gehe schon mal runter ich mache mal ein neues ja ja unten ist ein ofen und da ist auch eisen drin ich habe auch schon ein crafting table aufgestellt ich mache uns mal eine kiste hin oder ja und hier ist wie gesagt eine mine ist voll geil dann können wir hier die die minen dinger mitnehmen hier diese für die mine cards durch eine kiste über die werkbank klatschen über den ofen kannst du eine legen oder das habe ich nicht mehr genügt doch da mit dem ofen der kiste ok ja oh mein gott ich habe angst ich hasse ihn hier ist so viel kreucht so viel rum oder hänze ich habe ich ich habe dich du blöde spinne so dann packe ich mal eisen und alles was wir hier schon gesammelt haben und 64 das text koppelsturm manchmal hier rein ok also das kann ich alles mitnehmen das ist sehr gut ich habe zum glück ein paar möhren dabei zum essen hast du noch mal dann kann ich mein leben bisschen auffüllen also im realen leben habe ich glaube schon ein bisschen hunger irgendwie aber will sie schienen mitnehmen im kaffee hätte ich gerne was ja ich habe hier auch schon schienen abgebaut und hier ist noch mal eisen ok dann brauche ich die anderen schienen auch ab und wir haben auch direkt nebendran haben wir irgendwie so eine schlucht hast du das hier schon rausgezimmert was denn dieser lange gang oder ist der von einem da war da war ich noch nicht weil es da dunkel ist ich leuchte alles aus ein hinten raus wurde schon fackeln gesetzt hast wo wo ich jetzt stehe ja da habe ich da habe ich da habe ich die dinge raus geholt ja ich habe keinen platz in der tasche ich habe ich habe rohes fleisch einstecken ich habe meinen techtopia guide weggeschmissen den brauchen wir nicht war es der gute link zur techtopia und ja was soll ich denn damit kann ich alles online lesen wo hier ist eisen versteckt sehr gut sehr sehr gut ich mach mal gerade ein paar stufen ich mach mal gerade ein bisschen ich möchte hier noch ein bisschen Also, ich habe jetzt mal 15 Raw Mutton. Was ist denn das? Lammfleisch? Keine Ahnung. Schafsfleisch ist das, glaube ich. Hab ich mal... Raw Mutton? Upsi. Ich glaube, das ist das Fleisch vom Schaf. So, ich habe Screenshots gemacht. Sehr schön. Okay, sehr schön. Sollen wir das Holz hier abbauen? Upsi. Ne, lass das stehen. Das Holz brauchen wir nicht. Ah, hier war es noch nicht drin, gell? Ne, da war ich noch nicht. Ich war erst da, wo du gerade herkommst. Also noch mal Schienen. Schienen kannst du mitnehmen. Schienen sind immer gut. Oh, hier ist ein Zombie. Hä, was ist denn das hier an der Wand? Ah, eine Fledermaus. Die sind so süß. Hier oben stehen Zombies um die Ecke. Mhm, warte, ich komme. Ähm, wieso kann ich nicht an den... Ah. Ach so, ein Creeper-Boy. Mhm. Oh, dir. Sehr geil. Nimm mit. Oh, jetzt muss ich erst mal einen Zombie bekämpfen. So. Jetzt kommen sie hoch, alle. Ja, weil sie dich hören. Sind Spawner? So viele Zombies auf einmal? Vier Zombies? Wie fliegt nie, ich kann schon mal ein Star-Spawner ist. Also hier ist zu. Vielleicht leuchtet ihr mal aus. Mhm. Die kommen da hinten aus der Ecke, wo diese, diese Stufe aus Holz gesetzt ist. Ach, hier ist, ähm, Wasser. Oh, hier geht's runter. Du ahnst es nicht. Hier, ich hab immer wieder das gefunden. Geil. Oh, oh, Creeper. Hallo Creepers. Na, ihr Kleid. Oh, die kommen ja hier hoch. Oh mein Gott, alles klar. Warte. Wo bist du denn? Da oben. Ähm, auf der Flucht. Ich hab irgendwas im Rücken. Okay, alles klar. Ich hör's. Au. Der kam hinter mir her. Der hat mich was weggesprengt. Ich hab nen Creeper entschärft. Ja, ich auch. Nein, 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 nein. Schönen. Ah, danke. Da bist du ja. Hallo. Da oben kommt's Wasser raus. Das würde ich gerne abstellen. Hallo. Ich guck dich von oben an. Ja, ich seh dich. Wollte nur kurz da oben abstellen, irgendwie das Wasser. Ich hab nen Minecraft gefunden. Kannst du noch mal ne Ecke draufsetzen, bitte? Oh, wie geil ist das denn? Okay, nicht. Dann mach ich's selber. Also, ich hab, äh, nee, weil ich hab grad nen Minecraft gefunden. Es tut mir leid, ich bin gerade sehr abgelenkt. Mit einem Diamanten. Das brauch ich nicht. Das nehm ich auch mit. Ähm. Hä, wieso fließt das Wasser noch raus? Zack, jetzt da hinten steht noch ein Creeper. Und? So, okay, was nehmen wir jetzt mit? Wo kommt denn das scheiß Wasser raus? So. Hier steht noch ein Creeper. Ja, ja. Ich hab nen Creeper in Schärf. So, jetzt. So, ich bring mal grad ein paar Sachen weg und dann... Ah, die, das lohnt sich auf jeden Fall, das Ding hier, was allein an Eisen und Kohle angeht. Ja. Ich hab nen goldenen Apfel gefunden, Melonensamen hab ich gefunden. ein Kürbis, das ist sehr geil, ein Kürbis, das ist sehr geil, ein Minecraft, ähm, Eier hatte ich schon, ähm, ja, okay, warte, ich bring das Fleisch mit. Du brauchst was zu essen, hast du gesagt, ne? Mh, ich hab noch ein paar Möhren dabei, hab ich schon hin und nicht gesehen. Ja gut, aber Fleisch ist doch besser. Richtung. Ja, bei mir. Die anderen Dias hab ich noch nicht abgebaut, oder hast du die aus der Decke rausgezimmert? Nein, ich hab, ähm, nur die, ähm, Emeralds vor Augen gehabt. Ich hör hier nen Bewohner, oh mein Gott. Mh, mh, oh, echt? Ja, und, ach, schon wieder nen Creeper. So, wo waren die Diamanten? Da. Oder sind's Emeralds? Nee, es sind Emeralds gewesen, es waren gar keine Diamanten. Ich hab einen Emerald gefunden. Und nen Creeper, ähm, ähm, Zombie. Oh Gott, ich hab Angst. Oh mein Gott, hier kommen fünf Zombies, Hilfe! Wo bist du denn? Ähm, in der Höhle. Ganz tief drin, hier ist Gold. Und Eisen. Bist du runter, oder was? Ja, ich hab dir den Emerald geholt, den grünen Stein. Bekämpfst du die gerade? Ich hab sie alle getötet. Alle. Oh, das ist doch ein Zombie. Da hinten ist auch Lava. So, ich seh dich da oben. Hier ist Labitzlazuli. Das ist gut, ne, mit. Das ist gut. Labitzlazuli. Also hier warst du schon, hier sind, ähm, überall. Na, jetzt seh ich dich. Och Gott, schon wieder Zombie. Hallo Zombie, na, du Drecksack? Geh weg. Hier ist Eisen. Braucht gleich schon wieder eine neue Hacke. Na, ist ja nicht so, dass wir kein Eisen hier hätten. Nee, ich hab vorhin auch noch mal was in den Ofen gelegt zum Einschmelzen. So. Da ist Kohle, die können wir später holen. Die ist auch noch mal Eisen. Also die Höhle lohnt sich definitiv. Upsi, ja, die ist auch groß, ne? Und das? Hä? Hier ist ein Tor. Warte, ich komme. Nee, das ist ein Enderman. Hier ist ein Enderman drin. Da ist ein Tor. Ja, es sah aus, es hat geflitzert. Keine Ahnung, als würde ich in Minecraft vielleicht alles kennen. Und oben steht ein Creeper. Oben steht, Vorsicht, Creeper von dir. Oh Gott, Mann, schrei mich nicht zu Arsch. Nein, schrei dich nicht, ich hab nicht geschrien. Hier haben sie auch. Alter, mein Herz. Oh, what the fuck. Ah, nee, das ist eine Hexe, was ich glaube ich höre. Na? Na? Mach ihn tot, mach ihn tot. Oh mein Gott, er macht mich tot. Oh, das Geräusch, ey. Hör doch auf. Hast du eine Kugel bekommen? Nein, der ist runtergefallen. Brauchst du was zu essen? Ich muss mich erst mal heilen, genau. Ich hab noch ein paar Möhrchen. Nicht so schnell schlagen. Du musst doch immer abwarten, bis der Schlag aufhört. Ach, hier ist ein Schacht. Hier ist ein, ähm... So hörst du mir zu. Ja, ja, wir sind direkt neben einer, ähm, Schlucht. So. Äh, warten Sie mal. Ne, da unten, das ist nur, ähm... Das Licht, was sich da spiegelt. Ich höre die Hexe. Okay, ich bin von oben. Oh, ich hab noch meinen Emerald gefunden. So, ich hab hier schon zwei Emerald, also... Okay, das war da unten. Mhm. Ich glaub, das ist eine, das ist eine Höhlenspinne. Wir haben hier bestimmt irgendwo einen Spinnenspawner. Gibt's einen Unterschied zwischen normalen Spinnen und Höhlenspinnen? Ja, ich glaub, die Höhlenspinnen, die sind giftig. Okay. Ähm... Das macht's natürlich leichter. Ähm, shitty, hier ist aber überall... Wasser, ich seh's noch nicht. Warte mal, ich bau mich mal nach oben. Da oben, oh, schau... Okay. Das Skelett hat mich runterges... ...dingst. Mann! Ja, das schwebt. Das schwebt nicht, das hängt eben... Du hast einen Pfeil im Kopf. Du hast einen Pfeil im Kopf. Das... Oh, das ist die Spinne. Äh, das ist die Hexe. Wo ist er hin? Ich bin vergiftet, ich bin vergiftet und bin runtergefallen. Hier ist eine Spinne. Oh, Schatz, oh Gott. Ich hänge im Wasser fest, ich kann... Ich auch. Ich muss ja schnell... Und Creeper. Gott. Nicht explodieren. Ich bin tot. Du hast den Creeper für mich entschärft. Hier liegt halt dein Gram. Ich warte hier auf dich, oder? Kannst du den einsammeln? Weiß ich nicht, dahin ist noch ein Skelett. Dann guck... Ich muss jetzt mal das Wasser abstellen. Warte mal, ich muss erst mal das Wasser abstellen. Guck mal, wo es hinfällt, weil da waren auch zwei Emirates dabei. Ich muss erst mal jetzt Wasser abstellen, sonst komme ich nirgendwo hin. Ja, mitten in der Nacht. Wir brauchen so eine Sargmod. Sargmod? Ja, keine Ahnung, so eine Mod, wo mein Kram in den Sarg landet. Was? Oh Gott. Aua, ah, nicht... Ich will auch nicht... Aua, Gott, jetzt habe ich kein Leben mehr. Raus, raus. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe nur noch anderthalb Herzen. Ich hatte noch ein Stück Fleisch einstecken. Ja, wo du liegst, ist der Tod. Das ist mir egal. Aber du siehst ja, auf der Map siehst du ja deinen Todespunkt, ne? Ich muss erst mal den Eingang zur Hülle finden. Au. Hier ist es stockdunkel draußen, ich sehe nichts. Oh Gott. Meine Damen und Herren, werden wir in der Hülle lieben. Wird Seren Depitian Ihren Kram kommen? Wir sehen das alles in der nächsten Folge. Es bleibt spannend in diesem unsagbar üblen Dungeon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.